So hallo an alle, zur nächsten Folge von 5 Dingen in Minecraft, die du noch nicht wusstest. Ich hoffe, ich habe wieder ein paar lustige Sachen mit rausgesucht und wer noch Ideen hat, die noch nicht gezeigt wurden, gerne einschicken. Ansonsten gerne auch wieder bewerten, wie viele von dir vielen Dingen ihr wusstet. Lasst es ihnen wissen in den Kommentaren, 2 von 5, 3 von 5 und so weiter. Wir werden es dann sehen und ohne große Rumsreden geht es auch gleich schon los. Die erste Sache ist von TheHibiHD. Er hat mir dazu ein Video geschickt und hat ganz kurz erklärt darin, wie man es schafft, eine Kiste, ich zum Beispiel, wie die Sache mit dem Minecraft und dem Erzburg, die ich schon vorgestellt habe, wie man die verstecken kann und gleichzeitig wieder öffnen kann und geht folgendermaßen. Jetzt erstmal drei normale Holzblöcke hin. Setzen wir drei Stufen hin, nur dass diese Stufe zu einer Ecke wird und wieder drei Blöcke drüber. Dann können wir eine Kiste platzieren, so dran zum Beispiel. Und wenn wir jetzt an die obere rechte Ecke des linken Blocks rechtsklick machen, können wir die Kiste erreichen. Ja, die ist für uns erreichbar. Und das kann man ganz schön eine Wand einbetten und dann einfach draufklicken. Moment. In der rechten Hand. Dann geht es nur, wenn der Block hier weg ist. Ich habe vorher nicht ausgetestet. Ja, geht nur, wenn der Block weg ist. Auf jeden Fall kann man dann hier in die Kiste reingucken oder die Kiste öffnen. Finde ich an sich ein relativ nettes Versteck. Man kann also durch Treppenstufen, die so diagonal platziert sind, durchklicken. Die nächste Sache ist von Cocktail 1311. Das haben mir übrigens mehrere eingeschickt. Ich habe, glaube ich, so zehn Stück oder so gesehen, die mir das als Nachricht geschickt haben. Hexen sterben nicht in Lava, sondern sie geben sich selbst Potions. Und das habe ich ausgetestet. Welche ich natürlich eher easy an hätte. Und Hexen tatsächlich fangen sich einfach eiskalten Potion rein, sorgen dafür, dass sie einen Fire-Resistance-Trank bekommen und verbrennen deshalb nicht in Lava. Eine Hoffnung, die kann auch rechtzeitig hier noch... Ja, genau. Weil die orangenen Blasen, wisst ihr, alle sind Fire-Resistance. Die roten Blubberblasen, wie ich es immer gerne nenne, sind Strength zum Beispiel. Die blauen sind Swiftness. Aber die orangenen sind eben Resistance. Und die Hexen passen sich der Gegebenheiten an und können deshalb nicht verbrannt werden. Die nächste Sache ist von Matthias Fasching und er schreibt, auch eine interessante Sache. Wenn man mit einem Bogen einen Pfeil auf Ackerboden schießt, kann man ihn nicht mehr aufsammeln wie sonst. Ihr wisst es ja, auf normalem Boden kann man Pfeile einsammeln. Das ist kein Ding, man schießt halt und die kann man sofort wieder einsacken und die bleiben auch nicht da. Wenn ich jetzt den Boden gerade mal parkere und darauf ein paar Pfeile schieße, dann kann ich die, wenn sie zum Beispiel jetzt richtig sind, auf dem richtigen Block draußen, so hier, zack. Und nicht irgendwo im Gras, äh, Dings dran, wie der eben. Dann kann man die nicht mehr einsammeln. Wenn jemand genau hinschaut. Na? Braucht man genau hinschauen. Wer es nicht sieht, hat eine knickende Optik. Man kann diese Pfeile nicht einsammeln. Einer von da drüben auf dem Gras, der fliegt mir jetzt schon so wieder ins Inventar zurück. Aber die auf dem Ackerboden? Nicht. Okay. Nicht schlecht. Die nächste Sache ist von Multi Soft Eyes. Eine sehr coole Sache, muss ich sagen. Es gibt einen riesigen Wither in Minecraft mit einem folgenden Befehl. Also in dem man, Befehl sieht so aus, ich habe das gerade schon mal gemacht, Objekt successfully summoned. Ähm, ein Wither, der den Namen Grum bekommt. Okay, ist jetzt nichts Neues, klar, wenn du Grum oder Dinnerbone empfiehlst, dann wird das auf dem Kopf laufen, beziehungsweise auf dem Rücken, haben wir schon gesehen. Ist nichts Spezielles an sich und wird mir noch mehrfach eingeschickt. Danke, habe ich schon mal vorgestellt. Bitte nicht mehr einschicken. Allerdings, das ist jetzt etwas Spezielles davon. Denn wenn ich das gemacht habe, dann beschwört man damit einen gigantischen Wither. Und der ist so groß. Oh ja. Interessanterweise folgendes. Wir sehen vor uns hier jetzt eine Projektion, äh Projektion, die so ein bisschen unsichtbar, lauter Blubber blasen. Wenn ich nicht mehr auf diese kleine Projektion hier vorne draufschau, wo Grum steht, dann verschwindet auch das große Bild dort oben. Ich habe versucht, diese kleine Projektion zu schlagen. Er nimmt dadurch keinen Schaden. Ich weiß nicht genau, wo ich ihn angreifen soll, ob es nur eine optische Illusion ist. Jedenfalls, es ist beängstigend. Ein riesen Viech. Hammer. Und die letzte Sache heute ist von Matzi und er schreibt, Wenn man eine Flatmap nur aus einer Ebene Sand erstellt und dann einen Block abbaut, hält man eine Welt ohne Boden. Und das hat mich jetzt an die Sache von Skyblock erinnert. Ich habe mich auch mal gefragt, wie das geht. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, dass man einfach mit einem World Editor ähnliches drüber geht und alle Blöcke löscht. Aber man kann es auch clever machen. Einfach eine Flatmap erstellen. Daraus praktisch eine Sandblock-Ebene oder eine Sand-Ebene machen. Einen Block abbauen. Da fällt alles natürlich ins Nichts rein. Und schon mal so eine gewisse Flatmap, um sich ein eigenes Skyblock-Map oder ähnliches zu bauen. Die Idee war clever. Ich habe daran bis jetzt noch nie gedacht. Und ich dachte, es wäre auch wert, das vorzustellen. Ich selbst wusste auch noch nicht. Oder habe zumindest nicht daran gedacht. Das ist ja logisch. Werde ich gerade mal zeigen. Ich mache hier einen Creative-Mode raus. Wie er also eine eigene Skyblock-Map machen möchte, dann gerne bitte jetzt zuschauen. Das ist eine sehr gute Lösung hier. World-Type gehe ich einfach mal auf Superflat. Dann gehe ich auf Customize, auf Presets. Ich nehme das Desert-Biome. Gehe mal hin und ziehe mal alles raus, was hier so unnötig da hängt. Wir haben hier eine 8x12. Ich hätte gerne eine 1x12, weil das ist die ID von Sand. Sehe ich hier, dass der Top-Layer eine 1 ist, kann die anderen zum Beispiel alle entfernen. Nochmal manuell jetzt hier vom Dings. Ich habe noch einen einzigen Sand-Layer. Klicke auf Done und auf Create World. Und dann bin ich hier drin in einer kompletten Sand-Layer. Also, wenn ich jetzt einen Block abbaue, dann wird das ruckeln wie die Pest. Und das muss man im ersten Falle mal über sich hergehen lassen. Ich gehe mal kurz die Video-Settings rein und gehe mal so auf die minimalsten Chunks von 5, damit es jetzt nicht allzu hart am Ruckeln ist. Und baue einfach mal einen Block ab. Und wie ihr sehen könnt, fällt alles ganz gezielt nach unten. Denn es ruckelt auch noch nicht so hart, wie ihr erwartet. Das legt sich wieder. Wenn ihr neue Gebiete erkunden werdet, dann ist das der Fall, dass die Chunks nachladen und mal wieder Sand nach unten fällt. Aber wenn ihr es einmal gemacht habt, dann ist das eigentlich noch ganz okay. Die Framerate ist im Moment bei 1. Es ist ein bisschen ruckelig. Wie gesagt, ihr müsst ein bisschen warten. Vielleicht nochmal gucken, wo der aktuelle Stand ist. Und das dauert jetzt noch ein klein wenig so. Aber wenn es fertig ist, habe ich jetzt noch mal eine extra Welt gemacht. So kann ich euch das auch zeigen. Da habe ich nämlich Framerates von über 1.000. Das ist der Wahnsinn. Weil ja keine Blöcke da sind zum Gerendert werden. Oh, es geht jetzt schon. Ha, guck mal da. So, alles durch. Komplette so von der Render Distance. Wir haben jetzt hier unsere Standard 30er. Wie war ich halt 30er eingestellt habe. Was wäre jetzt noch mehr? Überhaupt nicht ruckelt. Ich fliege jetzt einfach mal in eine Richtung hinein. Da müssten vielleicht ein paar Framedrops passieren oder so. Es geht. Ich kann genüsslich in eine Richtung fliegen. Ihr seht es an den Koordinaten. Und die Welt ist leer. Komplett leere Welt. Empty. Ich kann schon mal in einer zeigen. Das war jetzt die da hier. Genau. Da habe ich jetzt noch das Civilities generiert werden eingestellt und so. Habe ja auch alles flüssig und so. Da habe ich auch ein bisschen die Settings. Ich gehe auf maximal Render Distance von 16 Chunks. Reicht aus. Ich habe ein bisschen da angelassen. Und da. Ja. Alles flüssig. Alles bestens. Baut euer eigenes Skyblock mit draus. Oder ähnliches. Dann wäre es auch schon gewesen von dieser Folge. Ich hoffe mal es hat euch wieder gefallen. Oder war was Interessantes dabei. Gerne eine Bewertung klar lassen. Wenn euch das gefallen hat. Und natürlich. Wenn ihr noch Ideen habt. Gerne einschicken. Umso besser. Umso eher kommen sie dran. Ansonsten. Irgendwann hat noch geschrieben. Hey. Wenn wir Sachen einschicken. Klar. Wir sollten erst gucken. Ob das vorher schon mal eingeschickt wurde. Oder nicht. Aber da müsste man sich ja die ganze Playlist durchgucken. Mit den 20 Videos. Und ach. Kann man das nicht irgendwie einfach machen. Dass du eine Liste bereitstellst oder so. Okay. Jetzt einfach schon eine Liste machen. Mit über 100 Facts. Ist auch nicht gerade einfach. Ein bisschen anstrengend. Aber. Es geht ja darum. Wenn dieses Video hier für euch interessant ist. Dann müssten es die anderen doch auch sein. Weil da gibt es nicht weniger interessante Facts. Oder Sachen. Die ich hier vorstelle. Die Videos sind trotz allem noch aktuell. Lasst YouTube nicht zu einer reinen Fernsehpolitik vorkommen. Wo mir das Neueste geschaut wird. Gerne nochmal die Playlists anschauen. Und ich nehme an. Ihr wollt ja was einsenden. Und schaut dieses Format. Eben weil es interessant ist. Und euch Spaß macht zuzuschauen. Von daher sollte es eigentlich keine große Schwierigkeit sein. Sich die Playlist dann anzuschauen. Weil das ist im Prinzip ja genau selbe wie hier. Und ebenso interessant. Ansonsten. Das war es was ich noch dazu sagen wollte. Ich bin nur zufrieden Liste zu erstellen. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst. Und tschüss.